Also Niedersachsen gilt ja als das zweitgrößte Land der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Irrtum. Natürlich ist Niedersachsen größer als Bayern. Der Fehler ist dadurch entstanden, dass man Niedersachsen bei Flut berechnet hat, statt bei Ebbe. Dieser Fehler wäre mit der Linke nie passiert. Aber nun im Ernst, wer mehr soziale Gerechtigkeit will und Chancengleichheit für die Kinder in der Bildung, der sollte dafür sorgen, dass die Linke unbedingt in den Landtag von Niedersachsen einzieht. Untertitelung des ZDF, 2020